Du bist einer von Millionen Menschen, die in den letzten Monaten Kurzarbeitergeld erhalten haben? Dann musst du dieses Video hier unbedingt bis zum Ende anschauen. Denn es lauern zwei steuerliche Gefahren auf dich. Welche das sind und wie du damit umgehen kannst, das erfährst du in diesem Video. Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Mein Name ist Simon, ich bin der Finanznerd. Und in diesem Video geht es um eine Sache, die den Großteil der 10 Millionen Bezieher von Kurzarbeitergeld im Jahr 2020 betrifft. Leider haben diese viele noch gar nicht auf den Schirm und in den nächsten Wochen wird das noch für viel Wirbel sorgen. Denn der Bezug von Kurzarbeitergeld hat Folgen in Sachen Steuererklärung. Bereits im letzten Jahr haben wir dies am Rande in dem einen oder anderen Video erwähnt und durch den erneuten Lockdown sind natürlich nun noch mehr Menschen genau von diesen Gefahren betroffen. Doch was passiert durch das Kurzarbeitergeld, welches auf der Lohnabrechnung auch gern als KUG abgekürzt wird und wie wirkt es sich überhaupt aus? Zunächst einmal, Kurzarbeitergeld zählt zu den sogenannten Lohnersatzleistungen. Ähnlich wie Insolvenzgeld, aber auch Eltern- und Mutterschaftsgeld und Arbeitslosengeld 1. Und ist grundsätzlich steuerfrei. Nun folgt aber schon das erste Aber. Denn ab einem erhaltenen Betrag innerhalb eines Jahres, also beispielsweise 2020, von über 410 Euro aus diesem Bereich, muss dieses nicht nur in der Steuererklärung angegeben werden, sondern es verpflichtet gleichzeitig denjenigen, der es bekommen hat, also eventuell genau dich, zur Abgabe einer Steuererklärung. Hast du also im Jahr 2020 insgesamt solche Lohnersatzleistungen, wie eben gerade genannt, also auch das Kurzarbeitergeld erhalten, dann musst du im Jahr 2021 eine Steuererklärung mit all ihren Vor-, aber auch Nachteilen einreichen. Und das laut gesetzlicher Frist bis zum 31.07.2021. So viel Zeit bleibt also gar nicht mehr. Wobei, in diesem Jahr ist der 31.07. ein Samstag. Du hast also eigentlich bis Montag, den 2.08.2021 Zeit. Und genau dieser Umstand ist vielen Menschen noch gar nicht bewusst und wird für richtig negative Überraschungen sorgen. Dann gibt man keine Steuererklärung bis dahin ab, dann kommt irgendwann ein Brief vom Finanzamt mit der Aufforderung und es können später sogar bei weiteren Fristversäumnissen Verspätungszuschläge pro Monat von mindestens 25 Euro und mehr erhoben werden. Und das Finanzamt bekommt vom Arbeitgeber direkt elektronisch die Mitteilung, welche Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin eben wie viel Kurzarbeitergeld bekommen hat. Verstecken geht also ausdrücklich nicht. Doch das war es noch nicht an steuerlichen Auswirkungen, denn auch wenn das Kurzarbeitergeld an sich steuerfrei ist, so muss es, wie gerade gesehen, dennoch angegeben werden, denn es unterliegt dem sogenannten Progressionsvorbehalt. Dies bedeutet, ganz grob erklärt, dass auf die erhaltenen Lohnersatzleistungen zwar keine Steuern zu zahlen sind, sie aber bei der Berechnung des Steuersatzes, also von der Höhe her, für die restlichen Einkünfte berücksichtigt werden und dadurch meist mehr Steuern auf die anderen Einkünfte zu zahlen sind. Indirekt erhöht sie also schon den persönlichen Steuersatz. Nur halt nicht auf Einkommen und Lohnersatzleistung, sondern nur auf den Lohn bzw. auch die sonst steuerpflichtigen Einkünfte. Hierzu ein kurzes fiktives Beispiel. Hat man sonst ohne Kurzarbeitergeld ein zuversteuernes Einkommen von beispielsweise 25.000 Euro im Jahr gehabt, muss man als ledige Person ohne Kind Steuern in Höhe von 3.714 Euro dafür abführen. Hat also einen Steuersatz von rund 14,86 Prozent. Hätte nun die gleiche Person aber neben dem normalen zuversteuernden Einkommen von 25.000 Euro auch noch zusätzlich obendrauf Kurzarbeitergeld von 5.000 Euro erhalten, dann muss sie zwar weiterhin nur die 25.000 Euro versteuern, aber zahlt nun durch das Kurzarbeitergeld darauf einen erhöhten Steuersatz von 17,29 Prozent und dadurch steuern von 4.300 Euro immerhin rund 600 Euro mehr. Aber dieses Beispiel gibt es wohl eher nur in der Theorie und wir merken uns, dass eine Steuernachzahlung also eher bei Personen der Fall ist, wo trotz Kurzarbeit das gleiche oder zumindest ein ähnliches Einkommen erzielt wurde. Viel realistischer ist es aber wohl in der Praxis, dass ein normaler Arbeitnehmer unterm Strich aufs Jahr gesehen weniger verdient hat wegen der Kurzarbeit. Die Steuerlast könnte dann also eher so aussehen. Wir nehmen an, dass er oder sie dementsprechend nicht mehr 25.000 Euro zu versteuern hat, sondern nur noch 15.000 Euro als Einkommen erzielt hat und dann eben parallel die 5.000 Euro Kurzarbeitergeld obendrauf gezahlt wurden. Und sehen, dass der Steuersatz durch das aber insgesamt niedrige Einkommen auch nicht mehr bei über 17 Prozent, sondern nur noch bei 11,73 Prozent liegt und unterm Strich dann natürlich auch weniger Steuern zu zahlen sind. Demnach ist die Wahrscheinlichkeit für eine Steuererstattung sogar sehr hoch für ledige Arbeitnehmer mit geringem Einkommen, also sogar eine positive Chance für viele von euch dort draußen. Denn viele Arbeitgeber führen in den Monaten, wo keine Kurzarbeit angeordnet war und der normale Lohn gezahlt wurde, einfach auch die normal hohen Lohnsteuern ans Finanzamt ab. So, als hätte man das das ganze Jahr verdient. Und diese zu viel gezahlten Steuern gibt es dann in der Steuererklärung eben zurück. In der Theorie erhöht also das Kurzarbeitergeld zwar den persönlichen Steuersatz, aber nur, wenn man das Gleiche wie vorher verdient hat. Also hier können wir etwas Entwarnung geben. Hat man wie in den meisten Fällen aber aufs Jahr gesehen weniger verdient, so ist auch der Steuersatz nicht zwangsweise erhöht. Es kommt also immer auf das insgesamt zu versteuernde Einkommen an. Heißt aber auf der anderen Seite auch, dass es eben Personengruppen gibt, die schon durch den Progressionsvorbehalt eben Gefahr laufen, Steuern nachzahlen zu müssen. Wie eben diejenigen, die gleich viel verdient haben wie vorher, vielleicht durch eine Gehaltserhöhung zwischendrin oder eben anderweitige Einkünfte, wie aus einer nebenberuflichen Selbstständigkeit oder der Vermietung von Immobilien. Diese laufen dann Gefahr, durch das Kurzarbeitergeld im Hauptjob, nun vielleicht auch einen höheren Steuersatz auf diese Nebeneinkünfte als üblich zahlen zu müssen und haben dann eventuell dafür zu wenig zurückgelegt. Man kann also leider gar nicht vorher pauschal sagen, dass es immer zu einer Nachzahlung oder immer zu einer Erstattung kommt durch Kurzarbeitergeld, sondern es kommt auf den Einzelfall an. Und genau da wird es dann eben leider kompliziert, wie so oft im Steuerrecht. Wir hoffen euch aber mit diesem Video wenigstens schon mal einen kurzen Überblick gegeben zu haben und werden euch natürlich weiterhin mit Videos zum Thema Steuererklärung versorgen und hoffentlich dabei helfen, dass du deine Steuererklärung in Zukunft einfacher machen kannst. Was wir aber schon mal sagen können, dass die Angabe des Kurzarbeitergelds in der Steuererklärung dafür ganz einfach ist. Denn da es auch auf der Lohnsteuerbescheinigung des Arbeitgebers auftaucht, braucht man es einfach nur aus der Zeile 15 abzulesen und dann beispielsweise im offiziellen Steuerprogramm der Finanzbehörden namens Elster Online in der Anlage N der Steuererklärung bei Punkt Nummer 8 eintragen und bestätigen. Schon wird dieses berücksichtigt vom Programm und dem Finanzamt. Fassen wir also zusammen. Grundsätzlich ist Kurzarbeitergeld steuerfrei. Es kann allerdings den Steuersatz erhöhen aufgrund des Progressionsvorbehalts. Ab 410 Euro pro Jahr erhaltenes Kurzarbeitergeld ist dann eine Steuererklärung verpflichtend abzugeben. Die Frist hierfür ist beim Jahr 2020 dann der 2.8.2021. Und ich möchte festhalten, es bestehen also Gefahren dadurch, eben dass man abgeben muss und vielleicht einen höheren Steuersatz hat, aber für manche kann sich das Ganze auch richtig lohnen, weil sie ordentlich Steuern wiederbekommen werden. Wir wünschen euch natürlich viel Erfolg dabei und wenn möglich eine richtig hohe, schöne Steuererstattung für dich. Abonniere am besten gleich unseren Kanal, damit du die Anleitungsvideos zur Abgabe einer einfachen, kostenlosen und effektiven Steuererklärung nicht verpassen kannst. Außerdem findest du auch über den Link unter diesem Video unser kostenloses E-Book mit 100 legalen Steuertipps und Tricks direkt aus der Praxis. Lade es dir runter und hole mehr aus deiner Steuererklärung raus. Als Unterstützung unserer Arbeit freuen wir uns außerdem über jeden Daumen nach oben für dieses Video und ansonsten bis zum nächsten Mal, dein Finanznerd Simon.